Du hast in den letzten Tagen den widerlichen Angriff der Hamas auf Israel mitbekommen. Du hast diese Brutalität, dieses wirklich abartige Verhalten zur Kenntnis genommen und hast aber auch jetzt die Reaktion Israels mitbekommen. Und in diesem Video will ich versuchen, rechtlich, soweit mir das möglich ist, als kleiner Arbeitsrechtler, Mietrechtler oder wie man mich immer am besten beleidigen kann, im Völkerrecht unterwegs, wie so gut mir das möglich ist, eine kleine Einordnung für dich machen, dir ein paar Gedanken zur Anregung mitzugeben, wie man die Sache vielleicht rechtlich betrachten könnte. Immer vorausgesetzt, man fällt nicht auf irgendwelche billige Propaganda der einen oder der anderen Seite rein. Die Charta der Vereinten Nationen legt eindeutig ein Gewaltverbot fest für alle Mitgliedstaaten. Das Problem, was wir hier haben, ist, die Hamas ist kein Mitgliedstaat. Die Hamas ist, ich glaube, darüber können wir uns einig sein, eine Terrororganisation. Und unterliegt somit nicht direkt der Charta der Vereinten Nationen schlichtweg, weil sie sie ja nicht ratifiziert hat, weil sie sie auch gar nicht darf als Terrororganisation. Jetzt ist die Frage, okay, sie unterliegt dem nicht, also kann sie machen, was sie will? Natürlich nicht. Es gibt ein Völkergewohnheitsrecht, wonach auch ohne, dass irgendjemand irgendwas unterzeichnet, bestimmte Dinge einfach nicht zulässig sind. Und da braucht man hier jetzt wirklich nicht diskutieren. Unabhängig davon, welche Beiträge auch Israel oder Ägypten oder welche anderen Länder auch immer, der Iran oder sonst wer, welche Beiträge Länder, die das unterzeichnet haben, geleistet haben im Vorfeld, spielt überhaupt keine Rolle. Das Handeln der Hamas ist klar völkerrechtswidrig. Ich kenne jetzt auch keinen Völkerrechtler oder habe keinen gelesen jetzt im Vorfeld, wo ich da irgendwas anders gelesen habe. Das ist also ein klaren, ein völkerrechtswidriger Angriff, was wiederum dem Staat Israel, der das Ganze unterzeichnet hat, der diese UN-Karte unterzeichnet hat, das Recht zur Selbstverteidigung gibt. Soweit kann man, ist der Befund eindeutig, da gibt es auch nichts dran zu diskutieren. Was jetzt direkt dann natürlich zu der Frage führt, wie darf Israel reagieren? Und da haben wir ja das große Problem, dass der Gaza-Streifen voll mit Zivilbevölkerung ist. Also das ist, glaube ich, der am dicht besiedelte Flecken der Erde, wo natürlich ganz, ganz viel Zivilbevölkerung ist, die von der Hamas ja auch gezielt als Schutzschild gebraucht oder missbraucht wird. Und wir haben, das ist wohl auch ziemlich klar, eine absolute Unterkellerung da, also viele Tunnel und so weiter. Und die Hamas kann also in den Untergrund gehen, kann unter die Zivilbevölkerung bildlich gesprochen gehen und die als Schutzschild gebrauchen, sodass sich jetzt die Frage stellt, was darf in dieser Situation Israel unter dem Aspekt der Selbstverteidigung? Da muss man jetzt erstmal sagen, dass die Frage, wenn ich in den Gaza-Streifen reingehe, ja jetzt nicht die direkte, nur die reine Verteidigungshandlung ist, das heißt, wenn die zu mir kommt, kann ich alles machen. Wenn die rüberkommen, die Hamas, dann habe ich nahezu alle Möglichkeiten, das sind Kämpfer, das ist keine Zivilbevölkerung, da kann ich fast alles machen. Spannend ist also völkerrechtlich die Frage, was kann ich wiederum in Richtung Gaza-Streifen machen? Da muss man jetzt unterscheiden, die Maßnahmen, die direkt militärische sind, militärische Maßnahmen gegen Militär, die dürften eindeutig vom Recht auf Selbstverteidigung aus Artikel 51 der UN-Charta gedeckt sein. Schwieriger ist jetzt die Frage, was ist mit den Kollateralschänen, den sogenannten, ich finde die Bezeichnung scheußlich, aber wir müssen ja darüber reden, wir müssen das ja irgendwie benennen können. Ja, also was ist mit den Kollateralschänen, das heißt, es ist zielgerichtet, geht es auf Militär, trifft aber Zivilbevölkerung. Da verstehe ich das Ganze so, dass das maximal minimiert werden muss. Das muss also so wenig wie möglich das Risiko da sein. Soweit natürlich der Gegner, die Hamas, die Zivilbevölkerung als Schutzschild nimmt, ist das ganz schwierig. Ich würde das so abgrenzen, habe ich da ein eindeutig militärisches Objekt, wo sich auch, warum auch immer, Zivillisten drin aufhalten, dann dürfte so ein Angriff zulässig sein. Also ein Raketenbeschuss dürfte dann nach meiner Verständnis zulässig sein. Es ist umgekehrt, es ist dort, es ist ein UN-Krankenhaus oder was auch immer, wo sich auch ein paar Militärs aufhalten, dürfte das wiederum unzulässig sein. Ja, also die Erforschung muss vorher erfolgen, das heißt, ich kann nicht erst mal sagen, ja, ich habe gedacht, da wäre oder so. Ich muss das rauskriegen, bevor ich das angreife mit Raketen. So wäre mein Verständnis der ganzen militärischen Seite. Auch hier geht es immer um eine Verhältnismäßigkeit. Je unverhältnismäßiger das Vorgehen der Hamas ist, je krasser das ist sozusagen, umso krasser kann ja auch die Gegenwehr sein oder muss die Gegenwehr sein. Ja, aber zwischen möglichen verschiedenen Maßnahmen muss die mildeste ausgewählt werden, soweit sie Zivilbevölkerung mit beeinträchtigt. Bei Militär aus meiner Sicht nicht. Wenn sie rein gegen Militär gerichtet ist, Militär dort jetzt Kollateralschäden ausgeschlossen sind, dann kann angesichts dieser Situation aus meiner Sicht nur gelten, dass man da maximal gegen diese Terroristen vorgehen kann. Bei der Frage, was geht gegen die Zivilisten, was geht gegen den Gaza-Streifen insgesamt, wenn jetzt also Zivilisten automatisch mit betroffen sind. Da gibt es jetzt eben Vorwürfe gegen Israel, die wir uns einmal kurz anschauen und dann auch bewerten wollen. Also zunächst einmal auf welt.de wird hier das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge zitiert. Der Krieg habe offenbar seine Menschlichkeit verloren. Also ehrlich gesagt, das ist aus meiner Sicht ein etwas komisches Zitat. Also menschliche Kriege habe ich noch nicht gesehen. Also Kriege sind per se aus meiner Sicht unmenschlich. Und das, was die Hamas ja hier gemacht hat, das war ja, würde ich ja noch nicht mal als Krieg bezeichnen. Das ist ein Massaker einer Terrororganisation. Ja, also da würde ich, dieses Zitat geht aus meiner Sicht so ein bisschen am eigentlichen Problem vorbei. Worum es aber eher geht, was hier tatsächlich aus meiner Sicht eher eine Rolle auch spielt, ist jetzt die Frage, Israel sperrt Wasser, Treibstoff, Generatoren, Strom und so weiter geht nicht mehr Versorgung der Bevölkerung. Wie ist dieses Problem zu bewerten? Darf Israel so etwas machen? Aus meiner Sicht würde das, jedenfalls wenn das eine längere Zeit gemacht wird, gegen den Grundsatz der größtmöglichen Schonung der Zivilbevölkerung verstoßen. Schlicht und ergreifend, weil diese Maßnahme eins zu eins genauso die Krieger trifft wie die Zivilbevölkerung. Eigentlich trifft sie höchstwahrscheinlich die Zivilbevölkerung viel mehr, weil die Hamas, die hat ja gezeigt, was sie kann sozusagen. Die wird sich schon mit Essen und Trinken und Treibstoff und Strom und so weiter versorgen. Im Grunde genommen könnte man zugespitzt sagen, diese Maßnahmen treffen ausschließlich die Zivilbevölkerung. Weil ich persönlich, ich meine, da habe ich jetzt zu wenig faktische Ahnung, das weiß im Moment keiner. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese Hamas mit diesen finanziellen Mitteln, die die haben offensichtlich, dass die das Ding nicht sauber vorbereitet haben. Und die, meine Prognose, werden Treibstoff, Wasser und Essen und Strom ohne Ende haben. Und die Zivilbevölkerung hat es sofort nicht. Und das genau wird ja von der Hamas auch beabsichtigt. Meines Erachtens würde das, wenn es tatsächlich so umgesetzt wird, zumindest dann, wenn Menschen ernsthaft gefährdet werden, weil sie verhungern, verdosten, weil sie Schäden nehmen, würde das gegen den Grundsatz der größtmöglichen Schonung der Zivilbevölkerung verstoßen, weil die Maßnahme sich hauptsächlich und vorrangig auf die Zivilbevölkerung auswirkt. Ganz ehrlich, angesichts der Situation, die man dort sieht, wird es vermutlich Israel herzlich egal sein. Und wenn ich persönlich, wenn du mich fragst, ich kann es auch in gewisser Weise verstehen. Nur, das Problem ist, das Völkerrecht, je mehr wir uns aus dem ganzen Bereich herausbewegen des Völkerrechts, umso, ja wie soll man das jetzt sagen, umso schwammiger, umso luftiger wird das Ganze. Und das fällt letztlich auch immer auf die zurück, die sich herausbewegen. Und das kennst du ein bisschen, wenn du vielleicht mal selber Dinge gemacht hast, die nicht ganz okay sind, Schwarzarbeit und wolltest deinen Lohn einklagen zum Beispiel dann, ja, oder als Arbeitgeber, ne, hast du bestimmte Leute eingestellt und vielleicht unter Mindestlohn bezahlen, hast dich da erpressbar gemacht oder hast die freien Mitarbeiter eingestellt und die waren dann plötzlich scheinselbstständig und du konntest dann gar nichts machen, als die unverschämte Forderung stellten. Also, wer sich außerhalb, selber außerhalb der Rechtsordnung begibt, der läuft immer dann Gefahr, wenn er in die Rechtsordnung zurück möchte, dass die Rechtsordnung, ich will nicht sagen, die Arme verschließt vor ihm oder die Hände verschränkt oder wie auch immer, aber das ist, dass er dann in Probleme gerät. Ja, sodass im Grunde genommen diese UN-Charta für alle, auch für Israel, extrem wichtig ist oder ich möchte sogar sagen, sogar gerade für Israel in seiner bedrohten Situation und deswegen es ganz, ganz wichtig ist, dass Israel sich an die Charta hält. Das ist aber eine persönliche Meinung von mir. Wie gesagt, wenn ich dort wäre, wenn meine Familie auf diese Art und Weise betroffen wäre, würde ich das nicht tun. Da würde mich die Charta der Vereinten Nationen, ehrlich gesagt, überhaupt nicht interessieren. Nur, das haben wir im Recht ja ganz oft, ihr kennt das so ein bisschen, was ich euch hier immer wieder bei diesen ganzen Impfgeschichten gesagt habe, ja, man muss bereit sein, seine persönliche Situation mal ein bisschen zur Seite zu stellen und sich in den Rechtsbereich zu begeben und die Sache abstrakt zu betrachten. Sonst wird man nicht zu Ergebnissen kommen, die im Sinne einer Bestehens einer Rechtsordnung dann irgendwie gefeiert werden können, um es mal so ein bisschen pathetisch zu formulieren. Ja, und letztendlich, wenn wir keine Rechtsordnung haben, fällt es immer auf die zurück, die die Rechtsordnung brauchen und das sind wir alle.